Willkommen bei Garfobau Norbert Hecker. Ob Neugestaltung Ihrer Gartenanlage, von Plätzen und Wegen, wir verwirklichen gerne Ihre Träume. Im Forst fallen vielseitige Aufgaben an. Wir setzen bestehende Wege entstand und stellen neue Wege her. Unsere Prioritäten sind Beständigkeit, das heißt den Wegekörper gezielt zu entwässern und profilieren, sowie die ökonomische Erhaltung und Wiederverwertung des vorhandenen Materials. Zur Senkung des Unfallrisikos und zur Rationalisierung der Verkehrssicherung haben wir ein Anbaugerät mit Fellgabel am Bagger entwickelt. Verschiedene Arten von Räumrechen ermöglichen den Einsatz von Flächenräumungen und Rodungen. Wir führen auch Erdbewegungsarbeiten, Böschungssicherungen oder Abbrucharbeiten durch. Garfobau Norbert Hecker 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 Garfobau Norbert Hecker